Ja, herzlichen guten Abend wieder zu unserer Bibelseite-Serie. Wir haben Malachi heute vor uns, ein kleiner Prophet, auch ein relativ kurzer Prophet, aber auch sehr unbekannt. Und es ist sehr spannend zu sehen, welche Botschaft dieser Malachi hat. Und es ist sehr, sehr interessant, was er weiterzugeben hat und es ist sehr bedauerlich eigentlich, dass dieser Prophet kaum gekannt wird. Ich habe es überschrieben als Untertitel, Dialoge mit Gott, warum werden wir noch sehen? Wir werden fünf Themenbereiche besprechen in diesem Zusammenhang. Einmal etwas über den Prophet Malachi, über den man eigentlich sehr wenig weiß, bis nichts. Dann eine zeitgeschichtliche Einordnung des Buches. Wo gehört das etwa hin in der Geschichte Israels? Dann werden wir einige Besonderheiten des Buches sehen, die wirklich zum Teil sehr besonders sind, was es so in keinem anderen Buch des Alten Testaments gibt. Und dann die Themen der sieben Dialoge besprechen. Das Buch Malachi kann man in sechs bzw. sieben Dialoge unterteilen und jeder Dialog hat ein bestimmtes Thema zum Inhalt und die wollen wir uns anschauen und dann diese sieben Dialoge näher betrachten und den roten Faden der einzelnen Dialoge uns anschauen. Zunächst zum Prophet Malachi. Es gibt verschiedene Meinungen, was sein Name bedeutet. Und zunächst mal Malachi ist Hebräisch und heißt Bote oder auch Engel. Es kann ein menschlicher Bote sein oder tatsächlich auch ein himmlischer Bote. Und die Endung I, Malachi, ist dann die erste Person Singular, also Mein Bote oder Mein Engel. Das ist einfach die wörtliche Übersetzung. Die Kirchenväter hatten Malachi als Engel aufgefasst und da gab es die Meinung, dass der unbekannte Verfasser, mein Engel, einfach ausdrücken soll, dass er schön ist. Ein hübscher Mann, schön wie ein Engel. Tarkum Jonathan, das ist eine außerbiblische Paraphrasierung des Alten Testaments, übersetzt in Kapitel 1, Vers 1, Mein Engel, dessen Name ist Ezra, der Schriftgelehrte. Also die Tarkum, die Paraphrasieren des Alten Testament, geben manchmal auch gewisse Erklärungen. Und das zeigt, dass in dieser Zeit im Judentum das auch als Mein Engel gelesen wurde. Und diese Spekulation, dessen Name ist Ezra, der Schriftgelehrte, ist also eine reine Spekulation. Da gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund dafür, für diese Annahme, der vom Text her käme. Aber es zeigt, dass das Verständnis da war, dass es in die Zeit Ezras gehört und dass Ezra hinter dieser Schrift stehen würde, was ich aber für unwahrscheinlich halte. Andere nehmen es als Vorname des Propheten, dass er der Rufname ist, mein Engel oder mein Bote. Oder, und das ist eine bibelkritische Annahme, dass es ein Pseudonym ist, eines unbekannten Verfassers und das Malachi eigentlich ein Anhang zum Propheten Zacharja sei. Das begründet man damit, dass das Wort Last ein Klierungsmerkmal ist, sowohl im Propheten Zacharja. Kapitel 9, Vers 1, das Wort Jahwes wird Lasten auf dem Land Hadrach, wird Lasten. Und auch in Kapitel 12, Vers 1, das Wort Jahwes wird Lasten über Israel. Und hier auch Botschaft an Israel, die Jahwes seinen Boden wie eine Last auferlegte. Also ist ja der gleiche Begriff und der hintere Teil Zacharias wird dadurch auch strukturiert. Und so haben manche bibelkritische Ausleger das als Anhang, Anhängsel zu Zacharja aufgefasst. Aber das ist aus verschiedenen Gründen extrem unwahrscheinlich, denn es ist ja doch als eigenständiges Buch überliefert mit einem ganz klaren Anfang. Und von daher wird Malachi zu Recht als eigenständiger Prophet, einer der zwölf kleinen Propheten, aufgefasst. Was wissen wir über Malachi? Einmal nichts. Wir wissen eigentlich fast nichts. Weder seine Vorfahren, es wird kein Ortsname genannt in der Bibel, es wird nichts über sein Leben oder Lebenslauf genannt. Er ist eigentlich ein völlig unbekannter Prophet, einzig der Name Malachi taucht auf. Der Talmud stellt Malachi, dieses Prophetenbuch neben Haggai und Zacharja, wie es auch in unseren Bibeln ist, Haggai, Zacharja, Malachi, also einfach in diese nachexilische Zeit. Und das ist ja auch innerlich sachlich berechtigt. In einer jüdischen Schrift, Vitae Profetarum, also Leben der Propheten, da gibt es Spekulationen über die verschiedenen kleinen und auch großen Propheten des Alten Testaments. Und nach dieser Schrift, außerbiblischen Schrift, ist Malachi geboren nach dem babylonischen Exil, also nach der Gefangenschaft, und zwar in der Stadt Sappho. Aber wie gesagt, das ist eine reine Spekulation und es gibt keine Begründung für diese Annahme. Etwas wahrscheinlicher ist der Gedanke, dass Malachi vielleicht doch Priester ist. Es wird zwar nicht im Text genannt, aber es fällt auf, dass ein Großteil seiner Schrift eine ganz scharfe Kritik an den Priestern seiner Zeit ist. Dieser zweite und dritte Dialog, Kapitel 1, Vers 7 bis 2, Vers 9, wendet sich ganz scharf gegen die Priester, die verschiedene Fehlverhalten zeigen, die wir noch sehen werden. Dann endet das Buch mit dem Hinweis auf die Tora des Mose und auch diese Anrede der Priester mit ihr, hat man fast so ein bisschen Anschein, als wäre Malachi auch ein Teil dieser Gruppe der Priester, ihr. Und er wäre da eingeschlossen in diese Gruppe der Priester, aber er kritisiert sie. Als rechtschaffender Priester kritisiert er dann sie. Aber das ist eine Möglichkeit, muss aber nicht so sein. Und nach dem Talmud-Traktat Baba Batra ist Malachi Mitglied der großen Synagoge, deren führender Kopf Ezra war und einfach schriftgelehrte Priester, Leviten seiner Zeit, die führend waren, auch in der Erweckung, und sich verdient gemacht haben, das Wort Gottes nach dem Exil zu sammeln und niederzuschreiben. Aber auch das ist eben nur außerbiblisch bezeugt. Die zeitgeschichtliche Einordnung Malachis ist so, dass allen klar ist, dass es ein Prophet ist, der nach dem babylonischen Exil gewirkt hat. Aber wann genau, da gehen die Meinungen auseinander. Im Grunde werden fünf Datierungsvorschläge gebracht, die aber auch nur so rund 30 Jahre oder 40 Jahre auseinander liegen. Der erste Vorschlag ist vor 458 vor Christus, das heißt vor der Zeit, als Ezra, der Schriftgelehrte, nach Jerusalem gesandt wird und dort ankommt und eine religiösere Form durchführt. Deswegen auch diese Missstände in der Priesterschaft, die dann durch Ezra auch praktisch beruhten wurden. Das wäre eine Möglichkeit. Dann andere datieren es in die Zeit, wo Ezra da ist und diese Erweckung vorbereitet, wo auch das Problem der Misch-Ehen eine Rolle spielt, das auch Malachi kritisiert, aber noch bevor Nehemiah ankommt. Also die Zeit 458 bis 445 oder 444 vor Christus. Ein dritter Vorschlag ist, während der Zeit des ersten Aufenthalts von Nehemiah, Nehemiah kam 445, vielleicht auch 444 vor Christus und hat einen 12-Jahres-Auftrag gehabt und dann kehrte er erstmal an den Hof nach Susa in Persien zurück. Also es wäre die Zeit 445 bis 433 vor Christus, praktisch zeitgleich zu dem ersten Wirken Nehemiahs. Ein vierter Vorschlag ist, die kurze Zeitspanne, wo Nehemiah abwesend ist, nämlich nach seinen ersten zwölf Jahren in Jerusalem, wo er vieles geschafft hat, aber dann war er zwei, drei Jahre weg und kehrte dann wieder zurück. Und in dieser Zwischenzeit ist manches praktisch wieder in Unordnung geraten und das ist das, was Malachi beklagt. Sehr interessanter Gedanke ist eine Möglichkeit. Oder andere tun es in Verbindung bringen mit der Zeit des zweiten Dienstes Nehemiahs in Jerusalem nach seiner Rückkehr und seinem Aufenthalt in Susa. Das wäre dann etwa in der Zeit nach 430 vor Christus, Malachi gehen dann bis 420 vor Christus. Im letzteren Fall wäre es so wirklich dann der Schlussstein des Alten Testaments. Also das sind die fünf Möglichkeiten, die in der Forschung diskutiert werden. Es gibt Anhaltspunkte für die zeitgeschichtliche Einordnung Malachi, die in Betracht gezogen werden müssen und können im Blick auf die genaue Dadierung und Einordnung des Propheten. Was wir sehen, ist, dass auf jeden Fall der Tempel in Jerusalem wieder vorhanden ist. Denn in Kapitel 2, Vers 11 wird gesagt, Judah hat Gott die Treue gebrochen. In Jerusalem und ganz Israel ist abscheuliches Geschehen. Männer von Judah haben das von Jahwe geliebte Heiligtum entweiht. Damit ist natürlich der Tempel gemeint. Also wenn das Heiligtum entweiht worden ist, muss der Tempel wieder gebaut sein. Und der war dann 516 vor Christus, war der wieder gebaut. Es scheint auch so, dass der Kultusbetrieb komplett wiederhergestellt war und läuft. Das wird aus dieser Christenkritik deutlich, wo also die Opfergaben, Abgaben und alles wieder eingesetzt sind und funktionieren. Und das ist eigentlich erst in der Zeit unter Esser Nehemiah der Fall, wo wir in Nehemiah 8 bis 10 lesen, dass genau diese gottesdienstlichen Ordnungen wieder komplett angefallen wurden. Wir sehen auch einen Verfall der Opfer- und Rechtskultur. Also es ist nicht eine Blütezeit des Kultus, sondern das, was die Zeit, die geschildert wird im Propheten Malachi, ist eine Zeit des Niedergangs, des erneuten Niedergangs des Kultus und auch der Rechtsprechung. Wir werden das noch genauer anschauen, was da das Versagen der Priester ist. Also die Opfer- und Rechtskultur ist auf dem absteigenden Ast und das würde auch eher in eine spätere Zeit vielleicht passen. Offensichtlich wird der Zehnte vernachlässigt und die Abgaben, das beklagt Malachi in Kapitel 3, Vers 7 und 8, da wird dem Volk vorgeworfen, dass sie Gott betrügen, nämlich mit dem Zehnten eurer Erträger, mit den Abgaben für die Priester, die sie nicht abliefern. Also praktisch Betrug an Gott. Sie rauben Gott des Zehnten und auch leisten die Abgaben für die Priester nicht, sodass dann die Priester auch in Not kommen. Das ist auch ein schlechter Zustand, gewisse Dekadenz oder Niedergang des Kultus, was hier beklagt wird. Und es ist das Problem der Mischehen wieder auf der Tagesordnung. Das wird in Kapitel 2, Vers 11 angesprochen, dass die Juden, Juder, Frauen heiraten, die zu fremden Göttern gehören. Aber Malachi wird weder im Buch Ezra noch im Buch Nehemiah erwähnt, anders als es mit den Propheten Haggaians und Zachariah ist. Die werden im Buch Ezra mehrfach erwähnt. Aber Malachi wird nirgends erwähnt. Also wenn man alles zusammennimmt, scheint es als Fazit so, dass diese Beobachtungen, vor allem des Niedergangs des Kultusbetriebs, am besten eigentlich in die Zeit entweder der Abwesenheit Nehemiahs passt, wo er einen Niedergang einsetzte, sehr schnell einsetzte, und Malachi dann in dieser Zeit auftrat, während praktisch Nehemiah abwesend ist und wieder in der Burg Susa in Bersin. Oder es passt zur Zeit seines zweiten Aufenthalts nach 430. Das ist etwas wahrscheinlicher, meines Erachtens, dass es in diese Spätzeit gehört. Das Buch hat mindestens fünf bedeutende Besonderheiten, die ich dann auch näher kurz vorstellen möchte. Hier nenne ich sie zunächst mal nur. Wir haben, obwohl das Buch ja nur drei Kapitel umfasst und nur 55 Verse, haben wir etwa zehn verschiedene Gottesbezeichnungen. Also jede Gottesbezeichnung, jeder Name für Gott offenbart bestimmte Aspekte Gottes. Und da ist es sehr interessant, welche verschiedenen Gottesbeschreibungen, Gottesnamen, Gottesbezeichnungen gebracht werden, weil die zeigen uns ein gewisses Bild von Gott. Aber nicht nur, dass es eine große Vielfalt ist von Gottesnamen, die auftauchen, sondern wir haben auch eine starke Häufung von ganz bestimmten Gottesbezeichnungen. Und ein weiteres Phänomen, was dazu gehört, ist, dass wir sehr, sehr starke, direkte Gottesrede haben, wo Gott direkt spricht. Also von den 55 Versen des gesamten Buches sind 47 Verse, die direkte Gottesrede enthalten. Das ist also ein unglaublich hoher Anteil. Eine zweite Besonderheit des Buches ist dieser ausgeprägte Dialogstil mit Frage und Antwort. Das ist auch extrem auffällig und kein anderer Prophet hat auch nur annähernd so viele Frage-Antwort-Sachen hin und her auf so kurzem Raum, wie das bei Malachi der Fall ist. Also ein ausgeprägter Dialogstil, der auch eine ganz bestimmte Struktur hat, die wir noch sehen werden. Dann werden in diesem kurzen Buch verschiedene Bündnisse angesprochen. Insgesamt vier, wobei, wie wir sehen werden, der eine Bund, der Bund mit Levi, sonst nirgends in der Bibel so genannt wird als Bund mit Levi. Das taucht nur hier in Malachi auf. Dann haben wir eine Weissagung, dass Elia kommt. Auch diese Weissagung steht völlig einzigartig da. Kein anderes Buch der Bibel weissagt das Kommen des Elias. Es ist nur Malachi. Und wir haben drei sehr interessante Aussagen über die Völker, die Israel auch sehr herausfordern, wie wir sehen werden. Also das sind fünf Besonderheiten und die werden wir kurz ein bisschen näher anschauen. Zunächst mal diese ganzen Gottesbezeichnungen hängen natürlich auch mal ein bisschen an der Übersetzung. Was sehr, sehr auffällt ist, dass dieser Begriff im Hebräischen Jahwe Zebaoth extrem häufig vorkommt. Also hier hat die neu-evangelistische Übersetzung übersetzt Jahwe Zebaoth, also eigentlich Jahwe der Heerschan oder Jahwe der Kriegsheere kann man auch übersetzen. Wird das übersetzt Jahwe der Allmächtige Gott. Normalerweise ist El Shaddai Gott der Allmächtige. Aber so ganz schlecht ist die Übersetzung auch wieder nicht, weil Jahwe der Heerschan oder Jahwe der Kriegsheere einfach auch die große Macht und Allmacht Gottes zeigt, wenn er der Herr aller Heerschan oder aller Kriegsheere ist. Und da ist so ein das Heer des Himmels gemeint, aber auch die Heerschan Israels. Er ist umfassend Herr der Heerschan. Ja, und hier ist es übersetzt mit Gott der Allmächtige und so lasse ich das auch. Und das kommt aber in verschiedenen Variationen vor. Viermal kommt vor Ich Jahwe der Allmächtige Gott oder wörflich Ich Jahwe Zebaoth. Jahwe der Heerschan. Ich Jahwe der Allmächtige Gott. Siebzehnmal Jahwe der Allmächtige Gott. Jahwe Zebaoth. Und zweimal einfach nur der Allmächtige Gott Zebaoth der Herr der Heerschan. Also das ist über 20 Mal kommt dieses Jahwe der Heerschan hier praktisch vor. Außerdem zwölf Mal Jahwe allein und einmal Jahwe der Gott Israels. Jahwe ist ja so der Eigenname Gottes oder die Bezeichnung als Gott als der Bundesgott Israels. Also eher die intime Gottesbezeichnung auf der häufigste Gottesname im Alltestament überhaupt. Und die Juden haben aus Ehrfurcht vor diesem Namen den dann auch nicht mehr ausgesprochen sondern es durch Adonai oder Elohim ersetzt. Also Kombination mit Jahwe vor allem Jahwe der Heerschan das ist auch die Gottesbezeichnung die im Buch Sahaja einem Zeitgenossen also der auch in der ähnlichen Zeit lebte im gleichen Jahrhundert wie Malachi der auch diesen Namen Jahwe der Heerschan ganz ausführlich gebraucht. Achtmal kommt noch der Brief Gott Elohim die allgemeine Bezeichnung für Gott vor. Zweimal nennt Gott sich Vater einmal Herr vielleicht sogar zweimal Herr in Kapitel 3 Vers 1 auch noch einmal der Großkönig und einmal der Gott des Gerichts also all diese Gottesbezeichnungen die zeigen dass wir wirklich einen großen Respekt vor diesem Gott haben müssen er ist der Gott der Herrschan Jahwe der Herrschan und der Allmächtige er ist der große König und er ist ein Gottesgericht der auch zu fürchten ist. Im Blick auf den Dialogstil sehen wir eine ganz bestimmte Struktur der Dialoge wird manchmal auch ein bisschen abgeändert aber im Wesentlichen ist es ein vierfaches Grundgerüst was in diesen einzelnen Dialogen insgesamt sieben an der Zahl immer wieder als Schema vorkommt. Es beginnt meist mit einer oder es beginnt in der Regel mit einer Behauptung und hier habe ich sechs Bibelstellen wo diese Behauptung von Gott irgendwie aufgestellt wird dann schließe ich eine Frage an oder eine Aussage des Volkes Israels ihr sagt und dann wird zitiert praktisch was das Volk so sagt und von sich gibt und das sind meistens Fragen ihr sagt das kommt also auch hier sehr gehäuft vor immer an diesem Beginn dieser Dialoge und auf diese Frage des Volkes auf die Behauptung Gottes die dann eigentlich immer das zurückweist die Behauptung Gottes praktisch nicht ernst nimmt oder dagegen argumentiert kommt dann die Reaktion die Reaktion Gottes was er praktisch als Antwort dann auf ihre Fragen dann dann gibt und es schließt dann jeder Dialogblock mit einer Folgerung in unserem Ergebnis was jetzt zu tun ist oder irgendeine wichtige Aussage also diese Struktur die wird uns dann immer wieder begegnen wenn wir die Dialoge näher anschauen und das ist wirklich sehr einzigartig das gibt so mit dieser Dialogstruktur und auch dieser Häufigkeit nirgends sonst im Alten Testament Diverse Bündnisse werden angesprochen auffällig und völlig neu ist dass davon gesprochen wird dass Gott einen Bund mit dem Stamm Levi hat dieser Ausdruck Bund in Zusammenhang mit dem Priesterstamm Levi wird sonst nirgends im Alten Testament benutzt auch nicht im Neuen Testament aber hier in Kapitel 2 kommt es gleich zweimal vor sagt er in Vers 4 dann werdet ihr erkennen ich jahre der allmächtige Gott habe dieses Urteil an euch vollstreckt damit mein Bund mit dem Stamm Levi fortbestehen kann durch meinen Bund gab ich Leben und Frieden und in Vers 8 heißt es ihr aber also die Priester ihr habt meinen Bund mit Levi gebrochen was da genauer dahinter steht werden wir dann noch näher sehen aber das ist schon mal auffällig ein Bund mit dem Stamm Levi wird erwähnt dann wird der Bund mit den Vätern angesprochen in Kapitel 2 Vers 10 warum brechen wir uns gegenseitig die Treue und entweihen den Bund den Gott mit unseren Vätern schloss damit ist bestimmt der alte Bund gemeint der Bund mit Mose der am Berg Sinai geschlossen worden ist mit den Vätern Israels und auf dieses Bund mit Mose auf das Gesetz des Mose wird er auch in Kapitel 3 Vers 22 noch mal hingewiesen denkt ans Gesetz meines Dieners Mose richtet euch nach den gebotenen Ordnungen das beschreibt eben diesen Bund mit den Vätern das Gesetz des Mose ein weiterer Bund der erwähnt wird ist der Ehebund der auch von den Juden gebrochen wird indem sie ihre Frauen entlassen und wegschicken und dann haben wir noch eine Einzigartigkeit im Buch Mose Malachi was sich nirgends sonst im Alten Testament findet da wird von einem Boten des Bundes gesprochen in Kapitel 3 Vers 1 gibt es dann auch verschiedene Meinungen wer dieser Bote des Bundes ist oder Bundes Engel könnte man auch übersetzen weil Malachi ja auch Engel oder Bote heißt also Bote des Bundes oder Engel des Bundes werden wir auch verschiedene Deutungen sehen die dazu möglich ist also das Erstaunliche in diesen drei Kapiteln des kleinen Propheten Malachi haben wir viermal das Thema Bund angesprochen davon zwei zum ersten Mal in der Bibel und zum einzigen Mal eben Stamm Levi der Bund mit dem Stamm Levi und auch dieser Bote des Bundes Interessant ist dann eine weitere Besonderheit des Buches Malachi dass das Kommen Elias angesagt wird und das finden wir in Kapitel 3 Vers 23 bis 24 bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt das ist der Tag des Herrn das Tag der Gerichtstag Gottes von dem auch Joel und alle anderen Propheten zum Teil auch sehr viel zu sagen haben was da alles passiert an diesem Gerichtstag an diesem Tag Jahwes und bevor dieser große und schreckliche Tag Jahwes kommt sende ich euch den Propheten Elia eine klare Ansage Gottes also dieser Gerichtstag Gottes kommt nicht bevor nicht der Elia kommt und was wird dieser Elia dann tun wenn er kommt es sind zwei also eine Hauptaufgabe wird hier genannt er wird das Herz der Väter zu den Söhnen neigen und das Herz der Söhne zu den Vätern er wird sie miteinander versöhnen also er wird die Generationen die offenbar zerstritten sind nichts mehr miteinander anfangen können er wird die Generation der Väter mit der Generation der Söhne wieder zusammen bringen und sie versöhnen das Herz der Väter zu den Söhnen neigen das Herz der Söhne zu den Vätern neigen also eine Generationen Versöhnung eine sehr interessante Aufgabe die Elia hat also alt und jung wieder zusammen zu bringen er wird sie miteinander versöhnen damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss wenn ich komme also wenn Gott dann kommt an diesem Gerichtstag möchte er ein versöhntes Volk vorfinden damit er nicht dieses Volk richten muss und den Bann am Land Israel vollstrecken muss die Frage sich stellt ist natürlich wie ist das gemeint wer war oder wird dieser Elia sein und was ist mit diesem kommen Elias gemeint und es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten und der Herr Jesus hat selbst was dazu gesagt die erste naheliegende Möglichkeit ist an Johannes den Täufer zu denken und zwar im Lukas Evangelio wird das klar bezeugt schon bevor Johannes geboren wurde wird etwas über seine Berufung gesagt und da wird deutlich etwas ausgesprochen in diesem Zusammenhang Abvers 13 sind es ist die Situation wo der Engel dem Zacharias erscheint dem Vater des Johannes des Täufers doch der Engel sagte zu ihm also Zacharias fürchte sich nicht Zacharias Gott hat dein Gebet erhört also er und seine Frau waren kinderlos und haben immer wieder gebetet dass Gott ihnen ein Kind schenken möge Gott hat dein Gebet erhört deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst Johannes nennen du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen denn vor Gott wird er ein großer sein also ein Mann mit großer Bedeutung er wird keinen Wein auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren also er wird ein Nassirä sein also einer der sich Gott geweiht hat und deswegen auf Alkohol komplett verzichtet und vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein also ein sehr besonderes Kind ein Kind das völlig Gott hingegeben und Gott geweiht ist und viele Israeliten wird er zum Herrn ihrem Gott zurück zurück führen also wird dafür sorgen dass viele Israeliten den Weg zurück zu Gott finden umkehren von ihrem gottlosen Weg und sich wieder Gott zu wenden und jetzt der entscheidende Vers für 17 im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen um so das Volk für das kommende Herrn bereit zu machen also das ist die Aufgabe er ist der Bote Vorbote des Herrn und er soll das Herz des Volkes für das Kommen Gottes oder des Messias bereiten und diese Ausrüstung des Johannes der Geist Gottes und diese Verheißung dass er im Geist und in der Kraft des Propheten Elia auftreten wird und diesen Versöhnungsdienst durchführen wird wo er auch hier Kapitel 3 zitiert wird das Herz der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen also zeigt dass Johannes quasi doch die Erfüllung ist von dem Kommen des Elia das besteht auch Jesus Christus in Matthäus 11 Vers 7 auf dem Berg der Verklärung als Mose und Elia erscheinen und die dann plötzlich wieder weg sind gibt Jesus eine interessante Antwort auf die Frage der Jünger dort heißt es in Kapitel 11 Vers 7 Ne Entschuldigung erst mal 11 Vers 7 bis 15 und dann Kapitel 17 was ich noch ansprechen wollte also erst mal 11 Kapitel 11 7 bis 15 als Johannes der Teufel aus dem Gefängnis heraus Boden zu Jesus gesandt hatte um ihn zu fragen ob er der Messias ist und da gibt Jesus zur Antwort als sie Boden gegangen waren wandte sich Jesus an die Menge und fing an über Johannes zu sprechen Was wolltet ihr eigentlich sehen als ihr in die Wüste hinausgezogen seid ein Schilfrohr vielleicht das vom Wind hin und her bewegt wird oder was wollt ihr sonst dort draußen sehen einen fein angezogenen Mann nein Leute mit teuren Kleidern Luxus findet man in den Königspalästen aber was wollt ihr denn dort draußen sehen einen Propheten ja ich versichere euch ihr habt mehr als einen Propheten gesehen Johannes ist der von dem es in der Heiligen Schrift heißt ich sende meinen Boden vor dir her er wird dein Wegbereiter sein hier zitiert Jesus Malachi 3 Vers 1 wo genau dieser Satz vorher gesagt wird bezieht es auf Johannes dass Johannes der Bote ist der vor Gott beziehungsweise Messias hergesandt wird um ihn den Weg zu bereiten also Johannes der Täufer erfüllt Malachi 3 Vers 1 ich versichere euch unter allen Menschen je geboren wurde gibt es keinen größeren als Johannes den Täufer und doch ist er der Kleinst im Reich Gottes und doch ist der Kleinst im Reich Gottes größer als er von der Zeit Johannes des Täufels an bis heute bricht sich das Reich das vom Himmel regiert wird mit Gewalt Bahn und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein denn alle Propheten und das Gesetz haben diese Zeit angekündigt bis Johannes kam und wenn ihr es sehen wollt wenn ihr es sehen wollt sagt Jesus jetzt zu seinen Zuhörern wenn ihr es sehen wollt er ist Elia dessen Kommen vorausgesagt ist wo ist es vorausgesagt worden in Malachi 3 Vers 22 und 23 also der Engel besteht es gegenüber dem Zacharias und Jesus besteht es gegenüber seinen Hörern dass Johannes der Täufer der Elia ist der kommen soll auch im Kapitel 17 auf dem Berg der Verklärung als Mose und Elia schon wieder weg sind bestätigt Jesus diese Aussage und Vers 10 fragen die Jünger da fragten ihn die Jünger warum behaupten die Gesetzeslehrer dass Elia zuerst kommen muss und Jesus antwortet das stimmt schon Elia kommt zuerst erwiderte Jesus und er wird alles wiederherstellen Interessanterweise spricht Jesus von der Zukunft er wird alles wiederherstellen Gleichzeitig sagt Jesus aber ich sage euch Elia ist schon gekommen doch sie haben ihn nicht erkannt Einerseits er kommt er wird alles wiederherstellen Gleichzeitig sagt Jesus er ist schon gekommen aber sie haben ihn nicht erkannt und sondern mit ihm gemacht was sie wollten also in das Gefängnis gestockt und dann auch getötet durch Herodes genauso wird auch der Sohn des Menschen durch sie zu leiden haben da verstanden die Jünger dass er von Johannes den Täufer sprach also Jesus identifiziert an zwei Stellen praktisch den Johannes den Täufer mit dem Elia der angekündigt ist bei Malachi von da können wir sagen die Sache ist ja völlig glasklar natürlich ist Johannes der Täufer der Elia daher angesagt ist aber es gibt ein gewisses Problem damit denn in Johannes 1 Vers 21 und 24 haben wir eine gegenteilige Aussage da sind die schriftgelehrten Pharisäer die kommen zu Johannes und fragen nach seiner Identität wer bist du folgende Begebenheit macht klar wie Johannes auf Jesus hinwies die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt die ihn fragen sollten wer er sei wer bist du also bist du auf die Bus sag wer du bist und dann hat Johannes bekannt Vers 20 ich bin nicht der Messias macht er ihn unmissverständlich klar was denn fragten sie weiter bist du Elia jetzt wird er gefragt bist du Elia der kommen soll nach der Prophetie von Malachi der kommen soll und den Weg des Herrn bereiten soll und bevor dieser Tag Jahwes kommt bist du Elia und Johannes antwort nein der bin ich auch nicht bist du der Prophet nein sagt er dann sagten sie dann sag uns doch wer du bist und gegen sie wir müssen ja denen die uns geschickt haben eine antwort bringen was sagst du dich selbst und Johannes identifiziert sich dann mit den Stimmen des Rufen in der Wüste der Herrn den Weg bereit von Jesaja 40 und in Vers 25 sagen sie nochmal wenn du wieder der Messias bist noch Elia und auch nicht der Prophet weshalb kaufst du dann also das ist die Besonderheit dass sowohl der Engel behauptet Johannes der Täufer kommt in der Kraft Elias Jesus sagt Elia ist schon gekommen und bezieht sich auf Johannes den Täufer aber Johannes der Täufer selbst sagt auf die Frage ob er Elia ist nein ich bin es nicht das ist schon etwas eigenartig hier ein Ja und Nein eine zweite Möglichkeit der Erfüllung der Elia das Kommen des Elias zu sehen ist einmal die Verklärung ist auf dem Berg der Verklärung Matthäus 17 und Vers 3 und 4 als Jesus vor ihnen verwandelt wurde da heißt Vers 3 dann erschienen Mose und Elia vor ihnen also vor Jesus und den drei Jüngern Johannes Jakobus und Petrus dann erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an mit Jesus zu reden Herr wie gut es wir hier sind triff Petrus da wenn du willst werde ich hier drei Hütten bauen eine für dich eine für Mose und eine für Elia also Elia war gekommen auf diesem Berg der Verklärung er war zumindest erschienen und wird als Elia erkannt und identifiziert zusammen mit Mose ist 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 das ist das vielleicht die Erfüllung von Malachie drei da muss man sagen dieser Elia der hier auf dem Berg der Verklärung erschienen ist der hat ja nicht das Herz der Väter zu den Kindern bekehrt und das Herz der Kinder zu den Vätern bekehrt der da gar nicht gewirbt im Volk der ist er nur dort plötzlich erschienen und war gegenwärtig und hat mit Jesus den Ausgang besprochen den er zu Jerusalem nehmen sollte aber interessant ist es schon dieses Erscheinen Enias auf dem Berg der Verklärung und ein dritter Gedanke der noch in Betracht gezogen werden muss ist dass Enia könnte einer der beiden Zeugen sein die unter der Herrschaft des Antichristen vor der Wiederkunft Jesu bevor dann dieser Gerichtstag Gottes dann kommt erscheinen und auftreten und einen ja dreieinhalbjährigen Dienst unter dem Volk vollführen nach Offenbarung 11 und sie werden ja eindeutig wird zwar nicht der Name Elia genannt aber die Fähigkeiten die diese zwei Zeugen an den Tag legen machen es ganz leicht sie mit Mose und mit Elia zu identifizieren diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbombe und die zwei Leute die vor dem Herrn der Erde stehen und wenn ihnen jemand schaden will wird Feuer aus ihren Mund fahren und ihn vernichten wie das bei Elia der Fall war so wird es allen ihren Feinden gehen die schaden wollen sie werden umkommen sie haben die Macht den Himmel zu verschließen wie das Elia tat in Israel wo es dreieinhalb Jahre nicht regnete sie haben die Macht den Himmel zu verschließen damit in der Zeit ihres prophetischen Wirkens kein Regen fällt sie haben auch die Macht jedes Wasser Gewässer in Blut zu verwandeln das was Mose gemacht hat in Ägypten sie können jedes erdenkliche Unheil über die Erde bringen wie Mose jede mögliche verschiedene Plage über Ägypten gebracht hat also einerseits ist Johannes der Täufer aufgetreten in der Kraft und Vollmacht ist Elia durch sein Wirken hat er Versöhnung gestiftet und das Herz auf der Menschen zu Gott zurück gewonnen und bekehrt und da ist Elia in gewisser Weise gekommen aber es scheint dass Elia auch noch mal auftreten wird unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu der Zeit des Antichristen weil diese zwei Zeugen die haben die Vollmacht und die Power von Mose und Elia diese beiden besonderen Werkzeuge Gottes die auch hier Gericht auf Erden innerhalb von Israel oder innerhalb gegenüber der heidnischen Welt Macht vollführen also das ist ein sehr interessantes Thema und ich glaube dass es hier sowohl als auch ist Johannes der Täufer erfüllt es in gewisser Weise aber er ist noch nicht die ultimative Erfüllung deswegen sagt er er ist es nicht obwohl es in gewisser Weise ist aber die ultimative Erfüllung wird dann sein wenn diese zwei Zeugen in der Kraft Moses und Elias auftreten unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu und dem Gerichtstag die Aussagen über die Völker auf der ganzen Welt von dort wo die Sonne aufgeht also im Osten bis dahin wo sie untergeht wird mein Name unter den Völkern geehrt sagt Gott an unzähligen Orten wird mir würdige Opfer gebracht weil sie mich den Allmächtigen Gott oder den Herrn der Herr scharen ehren also also jetzt wird die Völker Welt hier sehr positiv gesehen dass sie Jahwe verehren und ihm würdige Opfer bringen im Gegensatz zu den Priestern zur Zeit von Malachi die das gerade nicht tun in Vers 14 heißt es denn ich Jahwe der allmächtige Gott bin ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet auch hier wird von der Gottesfurcht der Völker gesprochen und dann noch etwas positives in die Völker und alle Völker werden euch also die Israeliten glücklich preisen weil ihr ein Land seid das Gott gefällt wie ist diese Aussage über die Völker zu verstehen es gibt fünf Deutungsmöglichkeiten wovon nicht alle gleich wahrscheinlich sind eine Deutung ist dass es gar nicht wirklich die Völker meint das ist eine typisch jüdische Deutung hier sondern es meint die Juden die in der Völkerwelt verstreut sind und es gibt also praktisch spezise fromme Juden die in der ganzen Völkerwelt würdige Opfer bringen im Gegensatz zu den Juden die jetzt zurückgekehrt sind aus dem pablosischen Exil zur Zeit Malachis aber wir wissen nichts davon dass die Juden im Exil wirklich Opfer dargebracht hätten im buchstäblichen Sinne und es passt auch nicht zu der Formulierung wie es hier heißt mein Name wird unter den Völkern oder wird von den Völkern geehrt mein Name wird von den Völkern nicht von den Juden unter den Völkern also das ist mit Sicherheit eine falsche Lösung man könnte auch denken an den Gottesdienst der Völker dass vieles was auch in der Völkerwelt geschieht durchaus in rechter Ehrfurcht vor Gott geschieht ein Hiob war kein Jude aber er hat Gott wohlgefällige Opfer dargebracht Mechisedek war kein Jude aber war König von Salem war hoher Priester Gottes des Höchsten also und es gibt Gerechte unter den Völkern vielleicht sogar könnte man denken dass im Grunde genommen Anhänger des Islam ja eigentlich den Schöpfergott verehren und eine Gottesfurcht an den Tag legen die viel größer ist als in der sogenannten westlichen Welt allgemein vorherrscht also ist eine Gottesfurcht da aber andererseits muss sagen die Verehrung von Allah ist ja nicht identisch mit der Verehrung von Jahwe ja es heißt Allah und Mohammed ist sein Prophet aus christlicher Sicht muss man sagen Mohammed ist ein falscher Prophet er ist nicht der Prophet des wahren Gottes und wir beten Yahweh den Gott Israels an den Vater unseres Herrn Jesus Christus und das ist eben auch nicht identisch mit Allah den die Muslime anbeten trotzdem muss man sagen dass Muslime eine Gottesfurcht haben und vielleicht kann Gott das in gewissem Sinne auch wertschätzen weil sie den Schöpfer backisch verehren Gott den Schöpfer auch verehren also es könnte so gemeint sein vielleicht aber von der Bibel her ist es eigentlich klar dass der ganze Gottesdienst der Völker Götzendienst ist 2. Mose 23 wird immer darauf gesagt dass die Heiden die Götzen anbeten von da ist es nicht zu erwarten dass diese Götzen anbetung dann quasi von Gott doch als rechte Gottesanbetung gewertet wird andere meinen ist Stilmittel Übertreibung also man soll das hier nicht zu wörtlich nehmen es soll nur andeuten ja es gibt auch in der Völkerwelt rechte Jahwe Verehrung natürlich jetzt nicht so umfassend wie das hier ausgesagt ist aber es ist Übertreibung um das Versagen der jüdischen Priester zu beleuchten passt aber auch nicht so ganz mit dem Sinn des Wortlautes zusammen ein anderer Ausweg ist denn manche gehen und sagen ja das ist eine Prophetie auf die Gemeinde in der Gemeinde die weltweit ist wird Gott zurecht verehrt und angebetet und es werden im Opfer gebracht nicht buchstäblich aber im geistigen Sinne aber das ist sehr fraglich ob diese typologische Auslegung auf Gemeinde hier dem Zusammenhang wirklich entspricht auch ist es nicht die Realität dass auf der ganzen Erde von allen Völkern das im Moment so geschieht ja auch natürlich ist hier von buchstäblichen Opfern die Rede eher All das ist auch sehr fraglich Nächster Ausweg wäre zu sagen es sind es ist Zukunftsmusik Gott beschreibt hier ein Bild wie es in der Zukunft sein wird am Ende die Zukunft nach dem Tag Jahwes wenn wirklich allgemeine Gottes Erkenntnis sein wird auf der ganzen Welt wir haben zwei mindestens zwei Stellen Jesaja 11 Vers 9 und Habakkuk 2 Vers 14 das wo ausgesagt wird dass die Erde so voller Gottes Erkenntnis sein wird wie Wasser den Meeresboden bedeckt also umfassende Gottes Erkenntnis in der Völkerwelt und sie fanden ja 2 Vers 11 und 3 Vers 9 gibt auch klare Prophezeiungen im Blick auf die Völkerwelt das wollen es noch mal lesen sie fanden ja wir fahren ja 2 Vers 11 denn er vernichtet alle Götter der Welt alle Küstenvölker werfen sich nieder vor ihm also vor Gott jeder Mensch an seinem Ort also hier ist ein Zukunftsszenario wo alle Gottheiten vernichtet sind nicht mehr existent sind und alle Völker alle Küstenvölker werfen sich nieder vor Gott vor Jahwe jeder Mensch an seinem Ort in Kapitel 3 Vers 9 auch von Zephania heißt es dann aber gebe ich den Völkern neue reine Lippen damit sie den Namen Jahwes anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen also die Bibel kennt dieses Zukunftsszenario dass am Ende wenn Jesus wiedergekommen ist und der Gerichtstag gehalten ist und er sein Reich aufrichtet dass dann alle Völker der Erde ihm dienen und ihn verehren das ist also auf jeden Fall eine Tatsache weil ich frage es nur ob Malachi hier in diesem Vers auch genau diese Situation im Blick hat in Sahaja 14 Vers 16 auch ein nachexindischer Prophet wie Malachi wird auch dieses Szenario unterstützt die Überlebenden der Völker die gegen Jerusalem gekämpft haben werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen um das Laubhütenfest zu feiern und Jahwe den Allmächtigen Gott anzubeten also es ist von der biblischen Prophetie her ganz klar angesagt dass es in der Zukunft so sein wird und möglicherweise wahrscheinlich die beste Lösung ist hier dass auch Malachi diese Stelle die sie hier heißt denn ich Jahwe dein Mechigott bin ein Großküch mein Name wird von den Völkern gefürchtet dass das auf dieses zukünftige Szenario hier anspielt und dass eben auf der ganzen Welt von Ost bis West sein Name der Name Jahwe unter den Völkern geehrt sein wird auch wenn der Eindruck ist es wäre schon gegenwärtig könnte es doch Zukunftsmusik sein ist hier ein Hochwald Partizip was ein bisschen Spielraum lässt für Interpretation also wahrscheinlich hier Zukunftsszenario dass als Kontrastprogramm zur jetzigen Abfall der Leviten die den Bund mit Levi gebrochen haben und einfach nicht adäquate Opfer bringen dass Gott davon spricht dass in der gesamten Völkerwelt überall auf der ganzen Welt sein Name von den Völkern geehrt werden wird die Themen der sieben Dialoge sind folgende Gottes Liebe zu Israel das erste Thema dann das Thema minderwertige Opfer der Priester dann der Bundesbruch der Priester im Blick auf den Bund mit Levi ein viertes Thema ein doppelter Treue Bruch des Volkes auch ein fünftes Thema die Frage wo bleibt der Gottes Gerichts merkt nichts dass Gott handelt dann ein sechster Dialog befasst sich mit der Thematik Umkehr vom Betrug am Zehnten Israel umkehren weil sie den Zehnten eben nicht geben und als Letztes wird die Frage behandelt es bringt nichts Gott zu dienen so der Vorwurf des Volkes es bringt doch nichts Gott zu dienen ich denke auch heute manche Leute dass es sich doch gar nicht lohnt Gott zu dienen und diese Themen wollen wir jetzt noch kurz besprechen diese sieben Dialoge und auch manche Texte lesen zunächst Gottes Liebe zu Israel Kapitel 1 Vers 2 bis 5 in Vers 2 haben wir die Behauptung also wir sehen Struktur Behauptung Frage Reaktion Folgerung in 2a die Behauptung ich habe euch lieb sagt Jahwe aber die Frage oder der Einwand kommt dann vom Volk doch ihr sprecht wo liebst du uns denn also Gott sagt ich habe euch lieb und die sagen oh liebst uns denn und dann darauf reagiert Gott in den Versen 3 bis 4 und er begründet dann seine Liebe und zeigt seine Liebe anhand eines Vergleichs zwischen Jakob den er liebt und Esau den er hasst weil Esau auch ein Gottloser war der völlig Gott ignoriert hat und einfach nur auf seine Bedürfniserfüllung aus war aber überhaupt keine geistliche Antenne hatte und an diesem Vergleich zwischen Jakob also Israel und Stammvater Israels und Esau Stammvater der Edomiter wird deutlich dass Gott Israel liebt ja nun sagt Jabe war nicht Esau Jakobs Bruder trotzdem liebte ich Jakob doch Esau hasste ich und aufgrund dieser negativen Einstellung zu Esau zu diesem Gottlosen sagt er sein Gebirge habe ich zur Wildnis gemacht sein Erbteil den Schakalen der Wüste geschenkt also sein Erbteil ist zugrunde gegangen und wenn Edom sagt unser Land liegt in Trümmern aber wir werden die Ruinen wieder aufbauen dann sagt Gott dann sagt Jabe der Allmächtige Gott mögen sie nur bauen ich werde abreißen man wird sie Land des Unrechts nennen und ein von Gott verdammtes Volk also Gott verheißt die Verwüstung des Landes auch wenn Edom alles dran setzt es wieder aufzubauen und darum an den unterschiedlichen Verhalten zwischen wie Gott gegenüber und Gott sich Esau oder Edom gegenüber verhält wird deutlich diese Behauptung die Gott gesagt hat ich habe euch euch lieb und die Folgerung ist ihr werdet es selber sehen und sagen Israel wird an einen Punkt kommen wo sie es genau erkennen und dann auch sagen werden groß erweist sich Jahwe über Israels Grenzen hinaus Jahwe ist nicht nur Gott in Israel noch auf das Land Israel beschränkt sondern es Herrscher der ganzen Erde der auch außerhalb der Grenzen Israels handelt und regiert und auch richtet also Gottes Liebe zu Israel der zweite Dialog da geht es um die minderwertigen Opfer der Priester die Behauptung in Vers 6a gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn das ist der Normalfall wenn ich nun euer Vater sein soll was ja auch der Fall ist wo ist meine Ehre wenn ich der Herr bin was ja der Fall ist wo ist eure Ehrfurcht vor mir da sagt Jahwe der allmächtige Gott zu euch Priestern die ihr seinen Namen verachtet also Gott behauptet stellt den Raum dass sie ihn nicht ehren ja dass die Priester seinen Namen sogar verachten und dann kommt ihre Frage in 6b ihr aber sprecht wieso verachten wir denn deinen Namen wieso wir haben doch gar nichts gemacht meinen sie also Gott behauptet etwas und sie streiten das ab wieso wieso verachten wir denn deinen Namen und dann kommt die Reaktion Gottes indem er auflistet und aufzählt und erklärt wie die Verachtung seines Namens sich darstellt in der Situation und es ist hier von minderwertigen Opfern die Rede blinde Tiere lahme Tiere kranke Tiere werden geopfert und es wird im Vergleich gebracht bringt es doch euren Stadthalter das würdet euch nicht trauen eurem Stadthalter was blindes lahmes und krankes zu geben aber bei mir habt ihr keine Skrupe mir Opfer zu bringen sehr beschämend für Israel dieser Vergleich dann kommt noch ein weiterer Vergleich und Gott sagt praktisch dass die Völker die Völker ehren ihn oder werden ihn ehren im Gegensatz zu Israel das war dann diese Aussage also diese Vergleich mit den Stadthaltern zunächst nochmal bringt das doch euren Stadthalter denkt ihr wirklich dass er euch dann gnädig anseht sagt ja wie der Allmächtige Gott und euren Gott wollt ihr mit solchen Opfern besänftigen und gnädig stimmen ihr meint doch nicht im Ernst dass der Allmächtige Gott sich das gefallen lässt also ist wirklich beschämend wie sie ihn hier quasi beleidigen mit ihren Opfern Gott sagt als Folgerung mir reicht's ich wünschte dass einer von euch die Tempeltore zuschließt damit nicht umsonst Feuer auf dem Altar leuchtet ich habe genug von euch und euren Opfergaben sagt ja wer der Allmächtige Gott also das eine Folgerung ihm reicht es mit den Opfern er hat keine Lust mehr auf diese Opfer hat Gott auch schon mal durch Jesaja gesagt und dann kommt der Vergleich zwischen den Völkern und Israel auf der ganzen Welt von dort wo die Sonne aufgeht bis dahin wo wahrscheinlich dieses Zukunftsbild was Gott vor Augen hat an unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht weil sie mich den allmächtigen Gott ehren aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz also in diesem Vergleich zwischen der Völkerwelt wo Israel sich immer überlegen fühlt gegenüber Völkerwelt schreiten sie es aber schlechter ab weil die Völkerwelt wird hier gesagt dass sie den Namen Gottes ehren und ihm würdige Opfer bringen im zu den Priestern hier und dann wird nochmal diese minderwertigen Opfer aufgelistet dass sie Gottes Namen in Schmutz ziehen indem sie praktisch es mit den Opfern nicht so genau nehmen also den Altar Gottes praktisch missachten und sagen es kommt nicht so drauf an und dann wird wieder aufgelistet Lahme Kranke und jetzt als Gipfel der Frechheit geraubtes gut sogar geraubte Tiere opfern sie wie nicht mal dem Opfernden gehören also gestohlenes wird Gott dargebracht als Opfer das ist ja sowas von lächerlich und beleidigend für Gott soll ich der Allmächtige Gott mich darüber noch freuen also solche Art von minderwertigen Opfern und als Schlussfolgerung wird dann gesagt dass die Völker die werden sich durch Gottes Furcht auszeichnen im Gegensatz zu euch denn ich ja weil der Allmächtige Gott bin ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet also das war ein Problem dass die Priester minderwertige Opfer brachten und Gottes Reaktion ist ganz eindeutig im Ergebnis sagt mir reicht ich habe das satt und schaut mal die Völker die machen es besser als ihr aber nicht nur dass die Priester minderwertige Opfer bringen sondern es kommt ein weiterer Dialog oder ein weiteres Thema zur Sprache in diesem Dialog mit den Priestern sie brechen auch den Bund mit Levi die Behauptung nun zu euch Priester denn euch gilt dieses Gebot spricht Jahwe der Allmächtige Gott wenn ihr meine Warnung nicht beherzigen und meinen Namen nicht ehren wollt werde ich einen Fluch auf euch werfen ich verfluche eure Segnungen ja ich verfluche sie weil ihr es nicht zu Herzen nehmt passt auf ich werde euer Nachkommen auslöschen die Exkremente eurer Festopfer werde ich euch ins Gesicht schleudern also das ist extrem derbe drastische Sprache die Exkremente eurer Festopfer werde ich euch ins Gesicht schleudern und man wird euch draußen auf den Misthaufen werfen extrem derbe Sprache das ist diese Warnung die Gott ausspricht wenn sie diese Warnung nicht ernst nehmen dass sie sich an das Gebot halten und dann wird von dem Bund mit Levi gesprochen Levi war ja der Stamm der in der Wüste geeifert hat für Gott als die Israeliten sich mit medianitischen Frauen einließen und dann auch im Götzendienst fallen und da ein Götzenopfer mitgemacht haben von den Moabitern und da war der Stamm Levi der dann in den eigenen Reihen die niedergemacht hat und getötet hat die da mitgemacht haben er hat Selbstreinigung vollzogen und dann hat Gott diesen Stamm auch genutzt als Priesterstamm weil der Gott besonders hingegeben war das haben sie unter Beweis gestellt indem sie aus dem eigenen Stamm all die ausgerottet haben die sich dem Götzendienst hingegeben hatten und und dann hat Gott mit ihnen ein Bund geschlossen und sie als Priester Stamm eingesetzt und dieser Bund mit Levi den Gott mit diesem Stamm Levi geschlossen hat zwei Aspekte ein Aspekt im Blick auf Gott und ein Aspekt im Blick auf die Menschen was bedeutet der Bund mit Levi im Blick auf Gott Vers 5 bis 7 durch meinen Bund gab ich ihm Leben und Frieden Schalom Wohlergehen Gemeinschaft mit mir Wohlergehen umfassenden Frieden durch meinen Bund gab ich ihm Leben und Frieden damit er mir ehrfürchtig diene also Levi war in besonderer Weise abgestellt Jahwe zu dienen durch den gesamten Kultus und damals fürchtete er mich und zitterte vor meinem Namen also das was den Stamm Levi dann auch besonders auszeichnete war ihr Verhältnis zu Gott dass sie eine ganz besondere Gottesfurcht hatten haben sollen das haben sie damals unter Beweis gestellt indem sie dieses Gericht an den eigenen Stammesgenossen vollzogen hatten und diese Gottesfurcht war ihnen dann praktisch in Fleisch und Blut übergegangen hat aber offensichtlich nicht permanent angehalten wie wir eben zur Zeit Malachis auch sehen aber der Bund mit Levi bedeutet eben dass sie Gott dienen dass Gott ihnen besonders Leben und Frieden schenkt er ist der Erbteil sie haben keinen eigenen Stammanteil bekommen wie die anderen Stämme Israels sondern Jahwe ist ihr Erbteil und sie zeichnen sich aus durch besondere Gottesfurcht der Bund mit Levi umfasst dann auch einen bestimmten Dienst und Auftrag gegenüber den Menschen und nirgends wird der so klar skizziert wie hier in Malachi was ihre Aufgabe ist beziehungsweise dann auch was sie versäumt haben zu tun damals fürchtete er mich als er Stamm Levi und zitterte vor meinem Namen was hat er im Blick auf die Menschen getan meine Weisung verkündigte er unverfälscht als er das Wort Gottes unverfälscht so wie es von Gott gemeint ist und gesagt war verkündigt das ist auch heute noch extrem wichtig das Wort Gottes unverfälscht zu verkündigen so dass was wirklich Gott gesagt hat und da steht meine Weisung verkündigte er unverfälscht und gab zuverlässige Auskunft sie sie die erste Ansprechpartner wenn es um Informationen über Gott ging wurden die Leviten die Ansprechpartner also er war aufrichtig und lebte in Frieden mit mir viele brachte er zur Abkehr von Sünde das ist eine weitere Aufgabe der Leviten die Menschen von der Sünde weg zu bringen und wieder zu Gott hin zu bringen die Lippen des Priester sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund denn er ist ein Bote Jahwes des Allmächtigen Gottes also es ist wirklich Boten Sendboten Botschafter Gottes es ist das Botschafterpersonal des Königreiches Gottes auf Erden zur Zeit des Allten Bundes heute hat das die Gemeinde übernommen denn die Gemeinde ist auch ein Volk von Priestern aber das ist auch die Aufgabe als Botschafter Gottes zu agieren gegenüber den Menschen und den Menschen dann auch Weisung und Rat zu geben und Erkenntnis zu schenken durch das Wort Gottes alles der Bund mit Levi und diesen Bund haben die Priester leider gebrochen und das wird in Vers 8 und 9 dann ausgesagt was sie im Gegensatz zu ihrer Aufgabe dann leider getan haben als genaue Gegenteil davon also Vers 5 heißt noch damals und jetzt ab Vers 8 heißt es ihr aber also die gegenwärtige äh Priester Konstellation gewisser Geschlecht ihr aber seid vom Weg abgewichen und habt mit falschen Weisungen viele zu Fall gebracht und habt mit richtigen Weisungen die Menschen zu Gott zu bringen haben sie durch falsche Weisungen die Menschen sogar zu Fall gebracht ihr habt mein Bund mit Levi gebrochen darum sage ich ja wird ein mächtiger Gott weil er meine Wege nicht achtet und den Menschen nach dem Mund redet das ist ihre Sünde sie sagen das was die Menschen hören wollen sie reden ihnen nach dem Mund anstatt das den Menschen zu sagen was sie von Gott her hören sollen was in Gottes Augen wichtig ist ihnen zu sagen was von Gott her richtig ist ihnen zu sagen das ist nicht immer angenehm das ist nicht das was die Menschen hören wollen aber das was nötig ist und das haben sie nicht getan sondern haben lieber den Menschen nach dem Mund geredet was sie hören wollten um sich da lieb Kind zu machen weil ihr meine Wege nicht achtet und den Menschen nach dem Mund redet wenn ihr ihnen Weisungen gebt habe auch ich euch mit Verachtung gestraft und euch vor dem ganzen Volk verächtlich gemacht ausrichten macht Gott sie verächtlich vor dem Volk im Grunde genommen sind sie überflüssig geworden weil sie das Wort Gottes nicht mehr weitergeben also ein Botschafter der nicht das ausrichtet was der der ihn sendet aufträgt der macht sich überflüchtig für sich und wird so eine Witzfigur und so ist es mit den Leviten passiert weil sie den Bund mit Levi gebrochen haben der vierte Dialog dreht sich darum dass sie einen doppelten Treuebruch vollzogen haben und den klagt Malachi an in Vers 10 er sagt haben wir nicht alle einen Vater erschufen sich der gleiche Gott warum brechen wir uns gegenseitig Treue jetzt wahrscheinlich ist es bezogen auf Mann und Frau hier also zu einer jüdischen Ehe ja Mann und Frau haben alle Gott zum Vater alle sind vom Mann und Frau sind vom gleichen Gott erschaffen worden warum brechen wir uns gegenseitig Treue und entweinen den Bund den Gott mit unseren Vätern schloss den Bund mit Mose war das sechste Gebot du sollst nicht Ehe brechen und warum entweinen den Bund den Gott mit unseren Vätern schloss das ist die Frage die Malachi in Raum stellt und dann wird die Behauptung hinterher geschoben Judah hat Gott die Treue gebrochen in Jerusalem ganz Israel ist abscheuliches geschehen und diese Behauptung und die wird dann untermauert diese Behauptung dass Gott die Treue gebrochen wurde und das abscheuliches geschehen ist in Jerusalem und in ganz Israel das wird dann belegt durch diese Reaktion und der erste Treuebruch der angeklagt wird der vorgebracht wird ist das Mischehen stattfinden das ist das Volk Gottes vermischt mit eidnischen Frauen das war ja schon Salomo zum Verhängnis geworden es war immer von Gott massiv davor gewarnt worden heidnische Frauen zu nehmen weil einfach das Volk sich dadurch vermischt und hingezogen wird zu den Götzen der Völker und das sollte nicht sein und das war ein Problem nach dem Exil es gab zwar keinen offenen Götzendienst zu der Zeit aber es gab diese Mischehen und die haben das Potenzial das Volk wieder in Götzendienst zu führen und deswegen wird so massiv dagegen vorgegangen unter Essa und auch später unter Nehemiah wird massiv und drastisch gegen diesen Missstand der Mischehen eingegriffen und Malachi beklagt genau diesen Missstand möglicherweise zur Zeit von Essa in Nehemiah oder wo Nehemiah gerade abwesend war oder wieder zurück war und dieser Missstand erneut aufgetreten war also das ist auf jeden Fall das erste Beispiel für diesen treue Bruch und indem sie Frauen heiraten die zu fremden Göttern gehören und das hat natürlich eine große Folgerung oder eine große Folge nämlich hat Gericht zur Folge wer so etwas tut den wird Jahwe samt seiner Familie aus den Zelten Jakobs entfernen selbst dann wenn er Jahwe dem Allmächtigen Gott ein Opfer bringt das kann man auch mit Opfern nicht gut machen wenn man hier in diesen fundamentalen Dingen versagt es geht um den doppelten Treuebruch des Volkes der eine war Mischehen dass das Volk mit Heiden vermischt wird und dadurch auch wieder Richtung Götzendienst geführt wird der zweite die Fortsetzung dieses Dialogs ist das ist ja mit der Behauptung aufgestellt noch ein zweites muss ich euch vorwerfen ihr überflutet den Altar Jahwes mit euren Tränen ihr weint und stöhnt weil er eure Opfer nicht mehr beachtet und wohlgefällig annimmt also sie heulen Gott die Huge voll sozusagen weil sie nicht gesegnet werden und Gott schaut ihre Opfer nicht an er ignoriert praktisch ihre Opfer und ihr fragt ja warum warum ignorierst du unsere Opfer wir bringen dir doch die Opfer und Gott ignoriert diese Opfer weil Jahwe als Säuge gegen dich auftritt und dann diese Reaktion Gottes er begründet seine Ablehnung ihrer Opfer und dass er ihnen sich nicht gnädig zuwendet mit einem zweiten Treuebruch des Volkes nicht nur das Thema Mischehe sondern das zweite ist das Thema Ehebruch das Ehebruch Gang und Gäbe ist du hast der Frau deine Jugend also als du jung warst und geheiratet hast du hast die Frau deine Jugend die Treue gebrochen obwohl du den Ehebund mit ihr geschlossen hattest also Gott nimmt den Ehebund extrem ernst bis er tot und scheidet und diese Ehe wird gebrochen und man sucht sich halt was Jüngeres oder etwas was einem mehr gefällt und das ist ein extremer Treuebruch und die Folgerung hießt hier da sagt in Vers 15 schon also Gott sagt das tut keiner in dem noch ein Rest von Verstand ist eine große Dummheit eine große Torheit den Ehepartner in die Wüste zu schicken einfach den Ehebund zu brechen das tut keiner dem noch ein Rest vom Verstand ist so einer würde alles tun um Nachkommen zu erhalten die Gott gehören also einer der noch bei Verstand ist der würde danach streben Nachkommen zu erhalten die die Gott gehören zum einen eben mit einer jüdischen Frau und eben nicht sich scheiden lassen um eine heidnische Frau zu heiraten darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht das ist die Folgerung Aufruf zur Treue gegenüber der ersten Frau darum hüte dich vor Treulosigkeit und verstoße deine erste Frau nicht der Vers 16 ist etwas schwierig zu übersetzen und wird auch verschieden über verstanden die eine Verstehensvariante wie wir es in der Lutherbibel meine ich und auch hier in der Neuen Evangelischen Übersetzung haben hat folgende Aussage denn er wird dann Gott meinen er hasst Scheidung hat Jahwe der Gott Israels gesagt er hasst es wenn jemand solch ein Verbrechen begeht also deswegen soll man sich vor Treulosigkeit hüten weil Gott Scheidung grundsätzlich hasst das ist eine Möglichkeit es zu verstehen man kann es aber auch vom hebräischen Text her eigentlich anders verstehen und dann ist der Sinn dieser Stelle dann dass wer hasst und wer entlässt ja der begeht ein Verbrechen also dann ist nicht Gott derjenige der hasst sondern also Gott derjenige der die Scheidung hasst sondern der Mann der seine Frau hasst und Hass entgegenbringt und sie demzufolge entlässt was dann zur Scheidung führt der begeht ein Verbrechen in beiden Fällen wird deutlich dass Gott das natürlich nicht gefällt aber die Frage ist halt ob er sich auf Gott bezieht ob Gott die Entlassung hasst oder ob er sich auf den Mann bezieht der seine Frau hasst und entlässt und dadurch vor Gott ein Gräuel begeht in beiden Fällen ist das Ergebnis dass Gott nicht einverstanden ist wenn die Ehe gebrochen wird ist er auch gegen das grundlegende Gebot und darum als Folgerung am Schluss nehmt euch acht und werdet euren Frauen nicht untreu der fünfte Dialog wo bleibt der Gott des Gerichts Kapitel 2 Vers 17 bis 3 Vers 6 wieder die Behauptung ihr belästigt Jahwe mit eurem Gerede also ihr redet um es sollt daher und das beleidigt Gott es ist eine Belästigung für Gott aber ihr sprecht wieso belästigen wir ihn und der nächste Satz zeigt auch noch aus was so eine Belästigung ist indem ihr behauptet Jahwe gefällt es offenbar wenn jemand Unrecht tut das ist ein völlig falsches Zeugnis Glück auf Gott wenn jemand so was denkt oder behauptet Jahwe gefällt es wenn jemand Unrecht tut aber diese Redeweise ist im Volk wohl gang und gäbe wir sagen auch Jahwe gefällt es offensichtlich wenn jemand Unrecht tut denn wo bleibt der Gottes Gericht er greift er nicht ein es macht er nichts wenn einer Unrecht tut Gott handelt er nicht Gott scheint zu schlafen scheint ihn nicht zu interessieren und mit diesen Reden wird Gott belästigt mit solchen Gerede und die Reaktion Gottes auf dieses Gerede wo bleibt der Gottes Gericht ist dann das was er in Kapitel 3 1 bis 5 verheißt und hier geht es darum dass Gott einen Boten sendet damit ist wohl Johannes der Täufer gemeint dann kommt der Herr zu seinem Tempel das bezieht sich wohl auf das erste Kommen Jesu weil Jesus auch Jahwe ist er kommt zu seinem Tempel reiht dann auch den Tempel zweimal und das Kommen des Messias ist dann auch das Kommen des Bundes Boten also er ist der Bote des Bundes er bringt einen neuen Bund mit sich den neuen Bund den Jesus dann gründet in seinem Blut und dann werden die Begleitumstände seines Kommens beschrieben die aber mehr zum zweiten Kommen Jesu gehören und Jahwe kommt zum Gericht eben auch im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Jesu wir haben also hier ein Phänomen in Kapitel 3 1 bis 5 wie wir das öfters in der Prophetie haben dass das erste und das zweite Kommen Jesu ziemlich so zusammengeschaut wird und erst in der Rückschau erkennen wir aha das erfüllt sich beim ersten Kommen Jesu und das erfüllt sich beim zweiten Kommen Jesu so mit dieser Vorrede lesen wir jetzt mal diese Scherse noch was auf sagt Jahwe der allmächtige Gott ich sende meinen Boten er wird mir den Weg bahnen Jesus nimmt genau diesen Vers und wendet ihn auf Johannes den Täufer an da hat sich das im Johannes den Täufer wirklich erfüllt er ist der Bote der den Weg für Gott bahnt denn es spricht der allmächtige Gott ich sende meinen Boden er wird mir den Weg bahnen mir dem allmächtigen Gott das ist wieder eine dieser Stellen die zeigen dass Jesus der Messias auch gleichzeitig Gott ist und ganz plötzlich aus heiterem Himmel wird auch der Herr der Herr ist eine Bezeichnung für Gott der Herr auf den ihr wartet zu seinem Tempel kommen der Herr auf den ihr wartet der Herr sprach zu meinem Herrn Jahwe sprach zu meinem Adonai das ist im Psalm 110 David erkennt dass der Messias sein Herr eben auch göttlicher Natur ist und dass er von Jahwe dem Gottvater zu unterscheiden ist Jahwe sprach zu meinem Adonai setze dich zu meiner rechten bist deine feine lege zum Schemel deiner Füße und der Jahwe sagt auch zu diesen Herrn du bist ein Priester in Ewigkeit nach dort und Melchizedek also im Psalm 110 ist der Herr Adonai oder Adon hier eine Bezeichnung des Messias also und ganz plötzlich wird auch der Herr also der Messias auf den ihr wartet Juden haben auf den Messias gewartet zu seinem Tempel kommen das ist passiert als Jesus dann in den Tempel kam erst als kleines Kind und dann später als Erwachsener wo er den Tempel auch zweimal gereinigt hat und dann wird typisch Synonymer Parallelismus dieses näher erklärt wer ist dieser Herr auf den ihr wartet ja der Bode des Bundes den ihr herbeisehnt also der Herr auf den ihr wartet der Messias der kommt zu seinem Tempel dieser Herr der Messias ist der Bode des Bundes der mit dem Bund kommt den ihr herbeisehnt also auf den ihr wartet entspricht den ihr herbeisehnt der Herr entspricht dem Boden des Bundes es ist der Messias er wird kommen der Herr auf den ihr wartet wird zu seinem Tempel kommen ja der Bode des Bundes den ihr herbeisehnt wird kommen das ist das erste Kommen Jesu dann geht es weiter aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können wenn er dann kommt wer kann dann bestehen und das ist auch die Frage die in offenbarer 6 gestellt wird jetzt ist der Tag des Herrn der Tag des Zornes Gottes und des Lammes gekommen wer kann bestehen jetzt jetzt schwenkt zum zweiten kommen Jesu wenn er kommt und erscheint zum Gericht aber wer wird den Tag seines kommens ertragen wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können denn er ist wie das Feuer des Goldschmieds und wie die Lauge der Wäscher er wird sich setzen um das Silber auszuschmelzen und zu reinigen er wird die Söhne Levis läutern diesen Priesterstamm der so dekadent geworden ist er wird geläutert werden wie man das bei Gold und Silber macht dann wird Jahwe Männer haben wenn dieser Priesterstamm geläutert ist dann wird Jahwe Männer haben die ihm angemessene Opfer bringen und nicht diese minderwertigen Opfer wie zur Zeit von Malachi und dann wird er so wie es in längst vergangenen Zeiten war Freude haben an der Opfergabe die ihm von Judah und Jerusalem diesem Kommen zum Gericht auch zunächst mal im Innern in Israel aufzuräumen und Israel zu läutern vor allem den Priesterstamm Levi zu läutern dass wieder angemessene Opfer von Judah und Jerusalem gebracht werden und Vers 5 ich komme zum Gericht spricht Jahwe der Allmächtige Gott es ist Gericht wenn Gott kommt wenn Jesus Christus wieder kommt dann kommt er zum Gericht und dann wird als weiteres Gericht auf konkrete Dinge aufgezählt was Gott alles richten wird und bestrafen wird und in Ordnung bringen wird und ich werde mit all den Zauberern Ehebrechern und meineidigen kurzen Prozess machen ich werde gegen alle vorgehen die keine Ehrfurcht vor mir haben also jedem dem es an Gottes Furcht mangelt dem bleibt nur Gericht die ihre Arbeit um den gerechten Lohn bringen das sind auch vergehen die Gott hasst und was er nicht will Arbeiten mit gerechten Lohn bringen die Witwen und Weisen unterdrücken und die Ausländer verdrängen und auch das Verhalten ein konstruktives positives Verhalten gegenüber Ausländern wird auch von Gott erwartet dass ein Volk gegenüber Ausländern sich liebevoll verhält es gibt sehr viele Stellen wie Juden Ausländer behandeln sollen die im Lande wohnen also Gericht einmal die Reinigung des Stammes Levi damit sie wieder angemessen verbringen aber auch Gericht die gesündigt haben im sozialen Bereich oder direkt gegen Gott durch Zauberei Ehebruch und Mein Eid mangelnde Ehrfurcht vor Gott aber eben auch diese mangelnde Ehrfurcht vor Gott zeigt sich dann auch dass die Schwachen in der Gesellschaft die Arbeiter die Witwen die Weisen die Ausländer wie man sich diesen Schwachen in der Gesellschaft gegenüber verhält das zeigt auch ob ich Gottesfurcht habe oder nicht Gottesfurcht habe und da wird Gott Gericht üben das ist das Gericht was hier am Hause Gottes am Hause Israel vollzogen wird wenn Jesus dann kommt zum Gericht die die folgerung ist mit der dieser Dialog abschließt dass Gott sich eben nicht ändert ich bin Jahwe ich habe mich nicht geändert er wird immer das Böse bestrafen Ausgangsfrage wo bleibt der Gottesgericht Antwort ist der Gottesgericht wird schon kommen und wird dieses Gericht halten und dann werdet ihr es merken ich bin Jahwe ich habe mich nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört Jakobs Söhne zu sein Jakob war ein Betrüger und das war ihr Problem sie haben Gott auch betrogen der sechste Dialog und vorletzter Dialog die Umkehr vom Betrug am Zehnten die Behauptung ist wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Weisung nicht beachtet und in Vers 8a ist wieder eine Behauptung darf denn ein Mensch Gott betrügen natürlich nicht also wird es eigentlich doppelt wird zweimal Behauptungen in den Raum geworfen und zweimal die Fragen oder Antworten des Volkes dagegen gestellt einmal Gott sagt bekehrt euch zu mir dann werde auch ich zu euch umkehren spricht Jahwe der möchte Gott aber ihr sagt erster Einwand oder die Frage wieso sollen wir umkehren meine erste Frage wieso sollen wir umkehren darf denn ein Mensch Gott betrügen sagt Gott ja ihr betrügt mich ist die Behauptung aber sie sagen wieso betrügen wir dich warum sollen wir umkehren wieso betrügen wir dich das sind ihre Fragen sie leugnen das einfach leugnen die Notwendigkeit von Umkehr sie geben gar nicht und als Reaktion auf diese schlechten Antworten des Folges so sagen wird Gott konkret und zeigt auf wo sie ihn betrügen sie betrügen ihn am zehnten der wird nicht gegeben sie betrügen ihn bei den Abgaben für die Prüsten und das Ergebnis davon dass sie unter dem Fluch Gottes stehen weil sie ihre Schuldigkeit nach dem Gesetz nicht tun und Sünde gegenüber dem Gesetz bedeutet immer dann auch Gericht und Gott sagt dann man kann mich ja auch testen und erproben an dieser Stelle gebt doch den Zehnten dann wird ihr merken dass ich wieder Segen sprudeln lassen werde und dass wirklich Segen auf all eurer Arbeit all eurem Tun liegt das kann man ausprobieren das gilt jetzt speziell für das Volk des alten Bundes wo die Abgabe des Zehnten dezidiert im Gesetz geboten ist das ist so im Neuen Testament der Gemeinde nicht gesagt dass der Zehnte gegeben werden sollte nach meiner Erkenntnis aber Gott lässt sich da erproben dass wenn man ihm Opfer bringt wenn man ihm gehorsam ist dass dann auch Segen kommt und die Folgerung wäre wenn sie eben den Zehnten wieder bringen aufhören ihn zu betrügen in finanzieller Hinsicht dann werden sie wieder unter den Segen Gottes kommen und das wird auch den Völkern nicht unbemerkt bleiben sie werden dann erkennen dass das Volk Israel und das Land Israel ein Land ist das Gott gefällt und deswegen prosperiert und aufblüht und gesegnet ist das wird sichtbar werden als Zeugnis auch für die Völker das ist so der Gedankengang des sechsten Dialogs und abschließend der siebte Dialog vielleicht mit der tiefsinnigsten Frage wo behauptet wird es bringt doch alles nichts Gott zu dienen und dieses Thema wird in den Versen 13 bis zum Ende behandelt noch hier will ich nur noch kurz den roten Faden geben die Behauptung in Vers 13a sagt Gott heftig sind eure Worte mir gegenüber all das was ihr mir da alles vorwerft das ist richtig harter Dobak das sind starke heftige Worte aber ihr sprecht was haben wir gegen dich gesagt ihr sagt es bringt nichts Gott zu dienen das ist die Essenz das ist das was sie gegen ihn sagen dass das heftig ist für Gott wenn man praktisch als Mensch sagt es lohnt sich nicht Gott zu dienen es bringt nichts Gott zu dienen ja das eine unglaubliche beleidigung Gottes gegenüber ja und deswegen eine sehr heftige Reaktion von Gott auf diese diesen Vorwurf praktisch es bringt doch nichts Gott zu dienen der wird noch ausgeführt in Vers 14 es bringt nichts Gott zu dienen was haben wir davon dass wir seine Anordnung befolgen und uns vor Jahwe dem allmächtigen Gott in Demut beugen ja nicht nur das dass es sich nicht lohnt Gott zu dienen sondern sie sagen noch die frechen sind glücklich zu preisen denn den gottlosen geht es gut ja wer Gott versucht kommt ungestraft davon all das ist ihre Vorstellung von Gott dass denen die Böses tun denen geht es gut die haben gelingen Gott lässt es ihnen gelingen sie kommen ungestraft davon natürlich kann man das beobachten in der welt und es gibt mehrere stellen wo das thematisiert wird auch in psalm 73 und anderen psalmen das thema dass es den gottlosen gut geht und den gerechten oft schlecht geht ja aber das ist etwas wo unser glaube geprüft wird weil wir eben im glauben leben nicht im schauen und wir dürfen wissen vom wort gottes her dass am ende es auf jeden fall so sein wird dass der gottlose gerichtet gestraft wird und der gottesfürchtige belohnt wird und das ist auch die argumentation die gott hier jetzt in diesem text wieder bringt die reaktion vers 16 bis 21 da wird gezeigt dass die gottesfürchtigen schon ihren lohn haben ja aber hörte aufmerksam zu als die menschen die ihn fürchteten und seinen namen achteten so miteinander redeten für sie wurde ein gedenkbuch vor ihm geschrieben sie werden mein persönliches eigentum sein also das ist was den gerechten widerfährt das salon der gottesfürchtigen sie werden gottes persönliches eigentum sein an dem tag an dem ich eingreife werde ich sie verschonen also diesem gerichtstag der der kommt werde ich sie verschonen wie ein mann mann seinen gehorsamen sohn verschont alles der lohn der gottesfürchtigen sie sind persönliches eigentum gottes da ist ein gedenkbuch geschrieben wo alles vermerkt ist und dass gott sie am tag des gerichts verschonen wird und dieses offenbar werden des unterschieds schicksal des gerechten und schicksal des gottlosen das wird an diesem gerichtstag gottes erst offenbar werden das wird nicht immer hier in unserer gegenwart in unserer zeit schon offenbar manchmal schon aber nicht durchgängig so wäre alles berechnung und nicht mehr der glaube gefordert wir glauben dass es am ende dem gottlosen schlecht und dem gerechten gut gehen wird aber das kann man nicht immer in dieser gegenwart erkennen aber es wird offenbar werden am tag des herrn vers 18 dann an von jedem tag ist hier die rede an den tag an dem ich eingreife dann werdet ihr wieder den unterschied zwischen gerechten und ungerechten sehen sehen dann wird man schauen dann wird man sehen und erkennen dann wird ihr den unterschied zwischen gerechten und ungerechten sehen zwischen denen die gott dienen und denen die es nicht tun aber das muss man sich einfach merken das ist fundamental wenn Gott Gericht hält dann wird es allgemein offenbar sein dass ein unterschied ist zwischen denen die gott fürchten und dienen und denen die nicht fürchten und ihm nicht dienen und der unterschied ist eklatant und deswegen lohnt es sich unbedingt Gott zu dienen eine völlig verkehrte aussage über Gott es würde nichts bringen Gott zu dienen spätestens an diesem Gerichtstag wird es allgemein offenbar werden nämlich die Strafe der Gottesverächter denn der Tag kommt dieser Gerichtstag der kommt wie ein Feuer im Backofen lodert es wird ein richtig heißes Showdown er wird alle frechen und gottverächter wie Strohstoppeln verbrennen weder Wurzel noch Zweig übrig lassen spricht Yahweh der ein mächtige Gott also das Schicksal der Gottlosen der Gottesverächter der die freche Reden führt gegen Gott also da wird nichts übrig bleiben sie werden verbrennen und ausgetilgt aber euch die meinen Namen fürchtet völligen Gegensatz dazu steht das Heil der Gottesfürchtigen aber euch die meinen Namen fürchtet wird die Sonne aufgehen Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie die Kälber die man auf die Weide hinaus lässt nach einem langen Winter im Stall endlich wieder auf die Weide dürfen die springen und hüpfen vor Freude endlich wieder auf der Weide zu sein so werden die Gottesfürchtigen hüpfen und sich freuen wenn dann dieser Gerichtstag Gottes da ist und ihre Gerechtigkeit offenbar wird und in die Sonne nämlich Jesus Christus Sonne Gerechtigkeit aufgehen wird also das Heil der Gottesfürchtigen und die Gottlosen die werden zertreten nach Vers 21 dann werdet ihr die Gottlosen zertreten an dem von mir herbeigeführten Tag der noch in der Zukunft liegt der Tag des Herrn an dem von mir herbeigeführten Tag werden sie wie Staub unter euren Fußsohlen sein also diese Gottlosen spricht Jahwe der Allmächtige Gott und die Folgerung die dann bleibt am Ende sind praktisch zwei Aufforderungen zwei Imperative mit denen Maria schließt das erste ist er verweist zurück auf den Anfang auf das Gesetz des Mose denkt an das Gesetz Moses natürlich meint er auch haltet euch dran denkt an das Gesetz meines Dieners Mose richtet euch nach den gebotenen Ordnungen die ich ihm auf dem Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab also zurück zum Gesetz zurück zum Gesetz beachtet das Gesetz das ist eine was mal nach ihnen noch mitgibt hier oder was Gott ihnen jetzt hier mitgibt angesichts dieser Behauptung lohnt es sich Gott zu dienen ja es lohnt sich das wird der Gerichtssach zeigen wie sich das lohnt was bleibt jetzt euch zu tun haltet das Gesetz das zweite was er sagt achtet auf das kommen Elias gebt acht bevor der große schreckliche Tag Jahwes kommt sende ich euch den propheten Elia erfüllt einerseits Johannes den Täufer er hat Jesus den Weg bereilt Jesus hat den neuen Bund gebracht als Engel des Bundes und die Heilszeit der Gemeinde beginnt und danach kommt dann der Gerichtstag Gottes natürlich haben die Leute im Neuen Testament gemeint dass er viel schneller kommt wir wissen dass er schon lange aussteht aber er wird auf jeden Fall kommen denn es ist verheißen also bevor der große und selbliche Tag kommt sende ich euch den propheten Elia der ist in der Gestalt des Johannes des Täufers geschickt worden aber nach meiner Bezeugung wird er auch nochmal erscheinen in Gestalt dieser zwei Zeugen in der Vollmacht des Mose und Elia unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu vor diesem Gerichtstag beim Wiederkommen Jesu und er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne den Vätern er wird sie miteinander versöhnen damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss wenn ich komme also die Versöhnung ist wichtig Versöhnung der Generationen und die Aufgabe Elias war natürlich auch Menschen zu Gott zurück zu führen also von daher denkt zurück an das Gesetz des Moses und haltet Ausschau nach Elia der in Gestalt Johannes den Täufer schon gekommen ist und den Weg für Jesus bereitet hat aber Jesus wird auch wiederkommen zum Gericht und dann kommt diese große Scheidung zwischen den Gottesfürchtigen und den Gottesverächtern ja das ist unvermeidlich dass diese Scheidung eintritt wenn der Tag des Gerichts Gottes dann gekommen sein wird und da ist es ganz klar es bringt doch was Gott zu dienen man soll sich da nicht verführen lassen und meinen bloß weil nicht hier auf Erden immer die Gerechtigkeit Gottes gleich sichtbar wird dass es sich nicht lohnt Gott zu dienen sondern selbst wenn es dem Gottlosen gut gehen mag am Ende wird das Ergebnis so sein dass die Gottesfürchtigen belohnt und die Gottesverächter ihre Strafe erhalten einfach aufgrund der Heiligkeit in der Gerechtigkeit Gottes ist das zwingend erforderlich ist denn Gott ändert sich nicht